Gestern bin ich umgestiegen auf Dieselmotortechnologie. Das Elektroauto war viel zu leise, da hören mich die Leute auf der Straße nie. Auch die Reichweite war mir zu kurz. Und was ist mit dem Fußabdruck? Mach ich gar nicht mehr, ich bleib im Auto sitzen. Dann bin ich auch noch umgestiegen auf Windkraft, Ersatz, Energie. Aber hey, was hast du denn gegen Windräder? Ey, die Optik von den Dingern ist erbärmlich. Und außerdem sind die viel zu hoch, total laut und viel zu nah an meinem Haus. Da weiß man ja gar nicht, wo man hin soll. Aber woraus willst du denn dann dein Strom erzeugen? Mir egal, ich hab nur keinen Bock, dass ich rausgebe und so ein Rotorblatt auf den Kopf krieg. Ich hab nur einen Rotorblatt auf den Kopf, aber ich hab nur einen Rotorblatt auf den Kopf. Ich hab nur einen Rotorblatt auf den Kopf, aber ich hab nur einen Rotorblatt auf den Kopf. Ich bin jetzt endlich umgestiegen, einen Alternativplanet. Ich brauch sie nicht mehr, diese Welt ist fast gut, weil sie mir eh nicht mehr gefällt. Die ganzen viralen Erkrankungen, der Klimawandel geht mir auf den Sack. Bei diesem Himmelskörper ist er auch schon ab der Lark. Der Meeresspiegel hängt nun an der Wand, an der Lark. Und der Regen kommt jetzt aus der Klau. Musik 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 Am Ende dieses Songs, da musst du noch etwas ganz Bestimmtes tun Was denn? Du musst dafür sorgen, dass aus dem Text klar unmissverständlich hervorgeht Dass es sich hierbei um Ironie handelt Warum ist denn das so wichtig? Weil die Leute sonst vielleicht denken, dass du das alles ernst gemeint hast Hab ich aber nicht Ja, aber woher soll das denn? Die Leute bis keine Ahnung La 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 la